In der Horner-Radetzky-Kaserne gibt es 29 Covid-19-Fälle. Weitere 59 Soldaten befinden sich als sogenannte K1-Personen in Quarantäne, das teilt das Militärkommando Niederösterreich am Dienstagabend mit. Das Biotechnologiezentrum des Amtes für Rüstungs- und Wehrtechnik habe die Untersuchungen durchgeführt und bestätigt jetzt, dass sich unter den positiven Tests keine Mutation befinde. Bereits am Wochenende waren fünf Soldaten aus der Horner Kaserne nach leichten Symptomen positiv auf Covid-19 getestet worden. Am Montag fanden laut Militärkommando PCR-Tests für alle 129 Mitglieder dieser Kompanie statt. Dabei wurden weitere, 24 Bundesheerangehörige, derzeit ohne Symptome, positiv getestet. Sie kommen aus allen Bundesländern bunt durchgemischt. Die Soldaten gehören zur Garde und absolvieren seit Anfang Jänner die Grundausbildung. Die Kompanie hat eine Gesamtstärke von 197 Uniformierten und ist dem Militärkommando Niederösterreich zufolge aufgrund der Covid-19-Sicherheitsvorschriften auf die Ausbildungshorte Truppenübungsplatz Allensteig und Radetzky-Kaserne Horn aufgeteilt. Es hält.